hallo leute da sind wir hallo hallo heute zum event bei echo bevor es losgeht wir haben noch eine kleine schwachstelle gefunden und ich muss da noch kurz was umbauen und dann holen wir die ganzen leute alle zu uns und kurz was gucken hier genau geht gleich auf jeden fall los und zwar wir haben so ein freefall event da müssen die leute hier mit einem hammer abbauen kennt man so ein bisschen von minecraft mit diesem schnee dass man da sozusagen die untergrund weg haut damit der gegner runter fällt und wir machen das aber hier mit steine und mit einem mit einem modernen hammer damit es ein bisschen schneller geht aber wir haben jetzt das problem dass man ja das aufnimmt die steine so und ab 20 oder so kann man dann nachher keine steine mehr aufnehmen und ich habe hier auch eine regel eingefügt dass man hier solche nicht setzen kann und da gibt es halt den konflikt dass man wie gesagt ab 20 den schluss ist und deswegen will ich jetzt hier so ein lager einbauen dass die leute sozusagen jetzt hier ran können und dann ja so und ich schwenke jetzt rüber und rede sozusagen mit den anderen leuten ja das sieht aber nur so aus weil das der ist in der luft also das sieht aber so aus als wäre das von oben bis unten gebaut ja das ist ein bisschen bisschen blöd gemacht also ist erst nicht von unten bis oben gebaut ja ja auch scheiße ich das ist ja lustig das ist mir auch jetzt gerade erst aufgefallen dass man das ja von oben sieht man es ist ein problem bau doch das schnell noch mal ein dach rüber die lösung des weg ist noch gar nicht so bereit noch schnell ein dach rüber habt ihr das alles schon gemacht oder was nein nein natürlich nicht oh shit ey was ist denn jetzt los aber jetzt habe ich schon wieder ein spiel abgeschmiert hier was ist wieder los also heute ist mein echo ein bisschen kaputt weil so nicht bei euch geht noch alles ja so bei mir echo heute schon zweimal crash wie lange würden die ganzen spiele sind dauern was hast du da angesetzt oder wieso willst du schon wieder los oder was ja warum wie lange wie lange wie zeit hast du noch du bekommst besuch ja ja also wichtig also noch wichtigen besuch oder nicht so wichtigen besuch nicht also nicht so also ich bin da noch ja die kanne zugucken und dann kann die die bis anfeuern also wird interessant je nachdem wie gut ihr seid so lang wird das dauern ich erkläre ich das gleich was wir hier so alles machen also ich habe drei events angesetzt mal gucken also wenn ihr gut seid so ein aufwand wird so maximal eine stunde ja aber ich muss hier gerade noch was umbauen ich habe hier was vergessen aber jetzt spinnt genau fahrt mal bitte mit dem boot schon rüber da brauche ich nicht supporten das wäre gar nicht so schlecht genau ihr könnt schon alle hier antanzen ihr könnt auch hochfahren da ist leistender fahrstuhl ihr könnt auch hochfahren mit der schon freigegeben aber die türen könnt ihr natürlich nicht öffnen ja keine ahnung was jetzt hier los ist mit damit mit meinem scheiß hier das ist schreiben kann ich aber es hängt sich irgendwie auf ich muss noch kurz wie locken verstehe ich nicht was wir das problem ist dritte mal heute schon verstehe ich nicht spack doch total rum aber haut mir sofort raus ok naja hatte das boot nicht mal eine hupe wo wir gerade fahren weiß ich hatte mal eine hupe ja das nicht funktioniert weiß weiß eine sache die wir nicht mal gefixt bekommen ja hä was ist das denn jetzt da unten fahren sie guck dir das an da unten fahren sie hat spotify startet bei dir bereitet bereits schon vor für dein date es ist so jetzt kommt so love musik so romantische musik tatsächlich tatsächlich hat mein besuch anscheinend über mein pc spotify gestartet warum auch wie das geht keine ahnung und nicht hier raus was ist denn das jetzt was auch gerade gar nicht das kann sein ja das ist das problem mit den neumodischen dinger die über apps gesteuert werden die machen sonst was was sie nicht soll ja so halbwegs steht vorm hafen kommst du mit kommst du mit dann kommst du mit ja los komm das wird lustig ich mach auch mit auch mit ah jetzt bin ich wieder ja du darfst nochmal ein stück zurück fahren du kannst doch noch nicht so weit rückwärts rückwärts oh zurück achso jetzt kommt der jetzt auch hier du hast Cooper vergessen hab ich nicht hab doch gerade gefragt ich wollte ja ursprünglich gar nicht mit aber äh ja klar komm mit hier das macht spaß doch ein steam key ihr bekommt ein steam key der wert des spiels liegt bei 30 euro tja so bin ich knapp dann ist auch vorbei ja komm irgendwie muss man ja die meute anheizen dass er mit uns was macht aber naja viele finden das ja unfair oder betrug das ist ein sehr tolles spiel kann ich dir sagen aber da hängst du mal locker drei vier stunden in so einer season drin in einer runde an einer an einer an einer an einer runde ja 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 ich war so ein bisschen enttäuscht von äh hell let loose das war auch ganz geil aber äh das geht mir zu schnell vorbei alles okay dann bist du irgendwie gerade irgendwie so am rumsneaken da so und plötzlich ist das spiel schon zu Ende kannst du auch alleine gar nicht groß also musst du ja mal irgendwie in der gruppe wo bist du denn da ich mach das bisschen größer so ich mach das bisschen größer das ist mir jetzt die Bühne dass ich zugucken kann nein 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 wir sind da ja gar nicht das kann ich wieder alles hier nicht setzen das ist alles was 80 pro seite also 160 spieler ja hast du das dann jetzt gefixt mit dem dass man auf die karte gucken kann oder nein dann wollen wir einfach alle unten rechts die minimap auf ganz klein stellen warte 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 doch das siehst du das siehst du doch da habe ich gar nicht dran gedacht da habe ich echt gar nicht dran gedacht also können wir uns jetzt schon selbst oh was ist denn jetzt oh der hat aber ein Nadelhämmer bei mir ja weil der bereich noch nicht geladen ist alles gut so jetzt lecks gleich nochmal Achtung zack er baut gerade also nix machen bleibt einfach mal sitzen ok ok du hast mich aus dem spiel geschmissen echt ja ja was ist das hier für eine wo sind wir wie wo sind wir das ist bei mir lebt da noch ich kann irgendwie äh was ist das für Material den Himmel sehen oder ne das ist äh Aschler aha Leute holt zuckt die Hammer auf ne du kannst ja sowieso nix abbauen kannst ja mal probieren aber du hast nicht aus dem spiel geschmissen ne alles alles gesaved ja also ich spürts grad irgendwie du hast da schon an mich gedacht ne ja natürlich also dadurch dass er diese riesen platte grad gebaut hat ja du hast gesagt dann mach mal ans stock kurz vielleicht hat der den Boden noch nicht geladen gehabt ich hab das Gefühl dass das Ding sehr sehr hoch ist weil dieser Aufzug tausend hat ja er ist ja auch sehr hoch ja warte bis wir alle da sind bitte ich wollte es ja ganz oben hin bauen aber das nächste mal baue ich es glaube ich ein bisschen weiter unten ähm ähm also sei ich noch drauf ja ja bei mir ist der Server nicht mehr da mehr da ich bin jetzt total ich mach mal eben ganz kurz äh leon bewegt sich mal bitte kurz also eigentlich sollte alles gut sein ja dann bin ich rausgeflogen ja ja deswegen er hat grad ne riesen platte gebaut und das kann das Spiel gar nicht ab bei mir ist alles gut wenn du das so mit einem mal baust ja pass ab was ich kann die ganze mal bauen bei mir ist ich bin rausgeflogen jetzt was kannst du ja da ja es ist ja nur das gesaved was ich gebaut hab ok wo es bohre ich grad es ist ja interessant dann ja wenn nicht brauche ich euch kein problem ähm aber lass mich das kurze noch zu ende bauen sonst macht das hier keinen sinn äh äh ja siehste so ne so kommt man uns auch los Trouble kill so ne stockpile heißt das stockpile so hä so wie hast du dir das Volk gestellt wie wir hier in den Aufzug reinkommen moment wie wir stellen uns drauf und er holt den hoch wieso nö achso hahaha das ist ja ich sehs das ist ja cool du bist echt der Knaller das ist gut gemacht oder das ist richtig gut gemacht ja ich hatte ja kein zum testen verstehste ich musste das ja aus den Stegreif bauen keiner war da zum testen also was soll ich machen ja klar eins nach dem anderen bitte so jetzt er soll das aber klappen so wie war das hatte wie heißt er noch mal warte mal teleport a to b warte mal ok ist ja noch nicht da super wem stehst du du ja und auf wem stehst du ich stehe in der luft aber nicht auf mich doch ich stehe auf dich bei mir bist du in der luft äh bist du jetzt bei mir ne hat irgendwie nicht so eins geklappt warum klappt das nicht ich sehe nur schwarz also irgendwas lädt er bei mir auf steht bad format tp a to b wieso steht da bad format genau wo geht nicht koopa stone musst du eingehen koopa sternchen stone sternchen ach so das ist auch noch schräg geschrieben ja hast du recht das ist schräg geschrieben was ist das ich sehe ihn sehe ihn ist es mit sternchen oder nicht das ist total bekloppt gemacht hier teleportiere a to b so also so jetzt er st u 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 steht immer wieder bedtformat drin das ist total bekloppt mit spieler als spieler b ja habe ich ich habe komplett neu gestartet tp a to b er steht immer bedtformat keine ahnung was das soll keine ahnung ja ich konnte mich ich konnte mich nicht mal drehen da hinten eigentlich warst du ja mit mir auf dem boot ich wollte gerade sehen auch die anderen auf die bewegung alles läuft nur ich so weiter lässt mich das ja so jetzt er macht jedes mal ein blödes lager weg man ich kann mich bewegen ich bin auf der wiese ja dann komm mal her zu uns wir müssen ja fahrstuhl fahren oh gott das gebode ist ja ganz so ja ja zum fahrstuhl her ihr könnt ihr selber aktivieren das lustige ist ihr werdet eh gleich fluchen ihr werdet eh gleich fluchen wenn ihr das hier oben sieht was hier uns los ist dann verbindung mit dem mit den aufzug werde die noch abkürzen aber okay da das teleporten erlitten so einfach funktioniert doch mehr abkürzen oh man ja da seid ihr vor allem kannst du schon was sehen ja man kann jetzt schon da ahnen ja keine tester da aber das das schlimmste habe ich getestet so vor allen dingen lasst uns am besten den fahrschuhl gleich danach wieder nach unten schicken falls einer runterfügt ach ihr seid ja schon da hallo das hat aber gedauert geh runter von mir das würde ich hier nicht machen sonst backst du hier wir sind hier am am ende also noch höher kann man nicht bauen ich schubse ich runter hier pass auf so ihr seid jetzt hier umgefangen nein also ja herzlich willkommen zu der event insel hier ist der event platz ich habe mal drei dinger vorbereitet da wäre einmal hier labi event ja das ist das ist eine toilette genau das ist ein wie vor event das kann man ungefähr gleich setzen mit so dieses event von minecraft hat man das käme diesen schnee ebene man baut so traut sozusagen sein gegnern den boden weg ja so dann haben wir ja so ein kleines chappel wand event und ja so welches also okay genau zu gewinnen gibt es wie gesagt ein game key für steam und wir haben das so angesetzt es gibt maximal 15 punkte also pro spiel gibt es fünf punkte für den ersten der zweite bekommt drei punkte und der dritte bekommt ein punkt ja also es ist dann noch immer alles offen genau so außer bei dem freefall event da machen wir das so dass wir halt verschiedene spiele spielen je nach teilnehmer müssen wir gucken und der hat den halt am meisten spiele gewonnen hat der bekommt das sozusagen die fünf punkte so mit was oder habt ihr noch irgendwelche fragen okay labi ist klar ihr müsst den weg finden schaut man ist auch klar ihr müsst aufpassen sie nicht runter fallt ansonsten müsst ihr wieder hochkommen und ja da hätte ich auch ja ich hatte ich hatte nicht so viel zeit deswegen da hätte ich vielleicht was besseres überlegen sollen genau habe ich jetzt aber nichts und porten ich kann könnte alle noch porten außer cooper cooper oder 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 wir machen oder moment ich mache euch ein deal ich baue derweil noch was dass ihr nicht so hoch oder nicht so viel laufen wenn du wieder so eine großen platten baust kriegen wir alle wieder die sie deswegen nein ich ich baue doch bloß was droht dass man nicht so tief fällt okay ja jetzt geht aber bitte runter von mir das irritiert mich hier so moment habe ich doch was vergessen zu sagen hatte ach so beim jump in one da zählt die schnellste zeit bei labi event ist der der es als erstes findet der hatte die fünf punkte der zweite der reinkompte drei punkte der dritte hat einen punkt bei jump in one müssen ein bisschen anders machen weil wir nicht gleichzeitig laufen können sonst würden wir uns alle gegenseitig runter schubsen deshalb na machen wir den so nach und nach so ähm genau aber wir müssen noch eine zeit stoppen dann haben wir eine eine zeit stopfuhr warte mal hast du eine zeit stopfuhr machen wir dein handy an aber ok ihr geht erstmal ins lobby ok da ist es also egal ihr könnt da zusammen rein so viel spaß bin gespannt das doofe sie kann es natürlich jetzt nicht sehen ich wollte es eigentlich von oben film wie er da rumwuselt kannst du das aber auch aus meiner sicht zeigen stimmt das ist eine gute idee wir schalten um zur duo cam genau unten legst du die katschi das ungefähr aufgebaut ist jetzt ist natürlich alles ein bisschen dunkel da drin aber ich wollte hier kein keine energie verschwenden richtig so und derweile baue ich hier das noch mit den Dings dann hole ich dich da raus so hast du die tür offen wo man hin muss weil sonst wissen wir nicht es gibt nur eine tür die enttür oder ne ne das ist ja immer scheiße ja ich mach den eingang wieder zu oh ne bin ich richtig ja und jetzt da da komm das ging aber schnell das ging aber schnell der erste ist schon durch siehst du meine verwirrung ist groß macht das habe ich mir ein bisschen zeit hier das ist haben wir gar nicht so zum bauen hier wenn ihr so schnell seid der hat sich das aber aufgeschrieben dass er weiß dass doch das glaube ich schon ich glaube schon dass das vorher an sich angeguckt aber siehst du darauf habe bin ich gar nicht gekommen dass man das von oben per karte gucken kann ich bin so ein depot und ich weiß ungefähr eigentlich ich weiß nicht mal mehr wo ich bin also nach fünf minuten mache ich die decke weg oder sagen wir drei viertel wenn die drei viertel noch nicht raus sind mache ich die decke weg dann habt ihr eine kleine chance auf dem zweiten platz falls euch das tröstet das ist gar nichts für mich hier so ich glaube noch leichter kann man noch ein game key nicht kriegen oder dem man einfach nur ein bisschen rum rennt der kam der wieder entgegen ich bin die ganze zeit bei dir ich bin verwirrt ich denke mal ich muss noch nicht so kuper rennt äh ich sehe wieder gar nichts ach so wieder der einzige nix sieht ne ja scheiße wieso da ist hier keine objekte keine bürger hier war ich schon hast du auf der map ne es muss irgendwo eine lücke sein die ich noch nicht benutzt habe die lücke die lücke ich weiß nicht welchen du lauf einfach los ja aber ich war jetzt hier schon dreimal ich hatte überhaupt keine orientierung mehr ich bin einfach gelaufen das war echt so ein glück das hätte ich jetzt nicht gedacht hallo was leon hat wunderbar gut leon drei punkte ich bin hier auch gefangen das ist das ist ich ich komme hier gar nicht weg das ist alles dasselbe hier ich hätte so gelacht wenn er wieder zurück gelaufen wäre ok keltig ist ok warte ich hole dich heute wo bist du denn hier wo bist du denn ich bin hier irgendwo fest ich weiß nicht wo ich hier rauskomme komm komm aber ich finde das krass ich werde nie auf die idee gekommen so was zu machen ich finde das voll cool ja ne ja ja weil jeder eco server gleich ist durch die ganzen mods irgendwie so und deswegen mal was anderes mal machen guck mal das an ich weiß sogar das in und auswendig siehst du zack da einfach laufen bitte bist du jetzt wieder rein ja alle erst oben drauf ok gut das erste event zu ende super ok was wollte das nächste machen jump in one oder free fall ja lass gleich jump in one bei free fall ja das wo ich nicht runter falle hehehehe was war jetzt bei free fall landen wir ganz unten auf die erde dann oder wie ist das ne wartet wartet mal ich baue das mal kurz noch zu ende wartet damit ihr da schön starten könnt ja sowas muss man natürlich erstmal kommen deswegen aber ich hatte ja keine tester und auch keine anderen köpfe die da ein bisschen mit denken deshalb so jetzt mal gucken ob das auch schon ausreicht ich dass die da trotzdem noch so das war das so zack ist nicht so schlimm jetzt liegt auch noch nach beim runterfallen stift man ja wenigstens nicht ne noch nicht das nächste mal wenn wir so ein events machen kommt noch andere noch dazu ich habe ich habe noch ein paar andere idee ja ja eigentlich wäre es ja schön dafür bereich zu haben aber man kann nicht alles haben ja schon ein bisschen rüber gucken also ich bin ja seit gestern gestern vorgestern habe ich bisher umgewerkelt und heute ja heute halben tag auch schon ein bisschen es sieht es nicht unbedingt schön aus aber ja welches weiter als erstes mache eins oder zwei ich bleibe gleich hier oben weil ich weiß dass ich runterfall so an sich gesehen eigentlich sollte das jetzt ausreichend genau den fahrstuhl können wir hierhin holen wartet mal genau der essen kann ich euch auch geben was braucht so der müsste jetzt sozusagen hier kommt das macht er jetzt das abgebaut auch mal das der fahrstuhl erfährt das gerade hier hoch auf die zweite ebene sage ich jetzt mal dass es denn nicht mehr so lange dauert man sie runterfällt ok